Ihr könnt gewinnen eine 10€ PaySafe Card, eine 5€ PaySafe Card und als dritter Platz ein random Steam Key. Herzlich Willkommen in diesem neuen Video vom Kanal und ihr könnt das euch schon denken, ein 100, ein, am Ende, ihr könnt euch schon denken, dass ich euch nochmal ein großes, großes Dankeschön sagen muss, nochmal, weil die von euch, die mich jetzt vielleicht noch nicht so lange kennen oder das eine Video nicht gesehen haben, wir hatten die 100 Abonnenten ja schon mal erreicht, dann hat YouTube eine AFK-Account-Säuberung-Aktion durchgeführt, warum habe ich gerade Roblox-Geräusche, kein Plan, ähm, und da habe ich dann nochmal 10, über 10, 11 D-Abos gemacht, ich weiß nicht, ob die Leute inzwischen gesagt haben, wie, also haben mich wieder abonniert haben, ich weiß, dass wir gestern ca. 95 hatten, public angezeigt worden sind, nur 90 oder 91, ähm, aber ich habe es schon gestern Abend gesehen und, ja, ich bin jetzt hier online gekommen heute und das hier, aber ich habe natürlich euch eine Sache versprochen, davon muss ich mal ganz, ganz immer weiß, in den Studio-Modus reingehen, boah, da kommt sogar gerade eins rein, ähm, ich schalte die Facecam an, denn das hatte ich euch versprochen, und ihr seht mich jetzt. So, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, manche von euch werden schon enttäuscht sein, die sagen so, ey Junge, wie bitte, ich dachte jetzt, du machst jetzt hier irgendwas an, was ist hier los, ähm, ja, Facebook ist natürlich auch nicht das Perfekte für mich, Facebook ist auch so eine Mischung aus, ich darf mich nicht im Internet zeigen, sonst durfte ich kein YouTube machen, und, ja, und ich will aber mit Facecam machen, weil es sich auch gewünscht haben, so, ähm, auf jeden Fall können wir mal ganz kurz die Statistik auf dieser Seite durchgehen, ich finde, die ist voll praktisch, und zwar, 102 Abonnenten, 1699 Views, ich glaube, die werden nur einmal daily, genau, einmal daily, äh, 78 YouTube-Videos, wir können ja eigentlich gleich mal gucken, ich guck einmal, wie viel hätte ich mit meinem Kanal, ich hätte mit meinem Kanal bis jetzt 8 Euro verdient, 1 bis 8 Euro, wenn ich Geld verdienen könnte, das ist nämlich genau den Wert von letztem Jahr und im letzten Monat, genau 2 Euro, 14 plus, no, ich hab heute im Mittag 14 plus 14 gemacht, no, man, wir können ja jetzt hier mal die daily Dinge angucken, dann ging es hier eins runter, weil, solche Peaks hab ich halt öfters, wenn wir jetzt mal all time angucken, solche Peaks hatte ich öfters, dann ging es hier relativ, das war hier in diesem Bereich, hab ich angefangen hab zu streamen, wo schon manch einer spekuliert hat, äh, ist das Spotting, dann hatten wir hier, begann dann die YouTube-Säuberungsaktion, es waren, also quasi hier, zack, zack, hier welche, hier welche weg, hier, zack, so und so, und ich mein, auch wenn man sich die Views einguckt, die gingen hier schon wieder ein bisschen hoch, auch wie im heutigen Video, ähm, 17 Views, 8 Kommentare, 8 Likes, 0 Dislikes, ca. 1 Dollar verdient, die leite ich mir auch noch gleich runter, ähm, ja, ähm, ich hab nur, ich würde euch natürlich noch was zurückgeben, denn, ja, dazu müssen wir ganz kurz mal in einen anderen Browser wechseln, und zwar, Get. Hier seht ihr schon, Create Giveaway, ich geb einfach nur hier mal ganz kurz einen Link ein, und hier steht noch dran, Launches in 26 Days, ich werde das Giveaway gleich noch bearbeiten, das, dran steht, Launches in 2 oder 3 Days, mal schauen, oder vielleicht auch heute, keine Ahnung, muss ich schauen, weil ich das Video schaffe, herauszubringen, und, ihr könnt gewinnen, eine 10 Euro Passive Card, eine 5 Euro Passive Card, und als dritter Platz, ein random, Steam Key, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur hier auf Enter and Out zu klicken, und folgende Schritte zu tun, erstmal, Wizard mich, Follow, und Join Discord Server, dann hier auf Twitter Follow, für Plus, also, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, ihr tut hier quasi Entries machen, und je höher, je mehr Entries ihr habt, desto eine größere Chance habt ihr, wenn jetzt, hier, keine Ahnung, 20 drin sind, ihr habt 19, habt ihr 19-fache Chance zu gewinnen, und der andere hat nur eine einfache, ähm, Follow gibt auch wieder Plus 1, wenn ihr meine Steam Groupet joint, gibt ebenfalls Plus 1, wenn ihr eine Website wisselt, gibt es ebenfalls Plus 1, ihr bekommt Plus 5, wenn ihr alle geschafft habt, und nochmal Plus 10, für einen Secret Code, was ihr dafür tun müsst, verrate ich euch jetzt noch nicht, und dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, dann steht hier oben dran, irgendwann, wenn es geendet ist, und dann, wenn es geendet ist, dann ganz wichtig, ihr müsst draufklicken auf, dann gibt es hier so, und dann gibt es hier, wenn ihr es gewonnen habt, gibt es irgendwo Claim Price, ihr bekommt auch eine E-Mail, wo dann drin steht, Claim Price, ähm, weil ihr müsst das machen, damit ich die Daten bekomme, die ihr hier hinterlegt habt, die E-Mail-Adresse, ähm, und nur so kann ich euch auch die Keys zukommen lassen, falls ihr das nicht macht, innerhalb von, glaube ich, 14 Tagen, verfällt der Gewinn, ähm, ich werde es, oder ich sage einfach 7 Tage, äh, verfällt euer Gewinn, und entweder werde ich es nochmal neu auslosen, in dem, in einem Livestream oder so, oder, ich werde es einfach für mich behalten, wäre natürlich ärgerlich, wenn ihr die 10 Euro Passive Card gewonnen hättet, und dann die aber nicht bekommt, weil ihr vergessen habt, den Price zu claimen, also schaut am Ende immer hier dran, was steht hier dran, da steht dann finished in 2 days, oder in 2 minutes, oder 10 minutes, äh, und dann könnt ihr hier, kriegt ihr erstmal eine E-Mail, falls ihr gewonnen habt, ja, und, ich meine, je mehr mitmachen, desto geringer ist, die natürlich auch die Chance, je weniger mitmachen, das heißt, wenn, ihr könnt ja mal vorbeigucken, wie viele schon mitgemacht haben, wenn einer mitgemacht hat, dann gewinnt ihr, mit hoher Wahrscheinlichkeit, den First Place, wenn zwei mitgemacht haben, ja, gut, ist eigentlich schon klar, ähm, das sind die Schritte, die ihr tun müsst, ihr müsst euch halt anmelden, und dann bei eurem Profil, Settings, müsst ihr halt euren Twitch verlinken, Twitter verlinken, Discord verlinken, und eine E-Mail Adresse eingeben, falls ihr wollt, ähm, ja, das müsst ihr quasi tun, wenn ich jetzt mal mit mir auf Glück, der Sport gehe, das hier ist gefinisht, das sieht dann quasi, hier hat sich keiner geclaimt, deswegen, hat sich, also, nur einer hat sich die geclaimt, und ihr seht dann quasi, wie das war, da steht dann hier oben, 2 von 5 Preisen haben, genau, die habe ich mir auch verschickt gehabt, äh, die wusste es geclaimt hatten, ich wusste gerade nicht mehr, wie viele, aber, ja, und, die habe ich dann noch mit YouTube Partnern gemacht, aber, das lasse ich dieses Mal weg, weil ich sich, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mit meinen YouTube Partnern gemacht habe, aber ich labere eigentlich schon wieder viel zu lange, deswegen, falls ihr es noch nicht getan, dann lasst ein Abo da, ich kann euch schon mal sagen, das werdet ihr definitiv brauchen, für, dieses G4 hier, was bald starten wird, und, ja, lasst dem Video, gebt dem Video ein Like, lasst, abonniert mich, und aktivt am besten die Glocke, damit ihr über, neuere Videos, benachrichtigt werdet, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, vielleicht schon am Ende des G4s wieder, je nachdem, wie lang es geht, ich werde es euch noch verlängern, je nachdem, wie wir teilnehmen, und, ja, oder im nächsten Video, Livestream, wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal, und, ciao, Leute.